Willkommen bei unserem endlosen, endlosen Kampf gegen die Norweger hier bei Civilization 6 bei Let's Splinter. Ich habe ganz, ganz lange Urlaub gemacht und freue mich nun wieder in dieses Spiel einzusteigen zu können und habe mir tatsächlich während dem Urlaub, und das möchte ich einleitend sagen, ein paar Gedanken zu diesem Spielstand gemacht, der auf den Herrschaftssieg ausgelegt ist, aber ich muss hier an der Stelle, wo jetzt doch einige viele Views dazu gekommen sind, ganz lieben Dank dafür an der Stelle an euch alle, einfach mal ein bisschen was dazu loswerden. Es ist mein erster Gottheit Run in Richtung Herrschaftssieg und ihr merkt es vielleicht, ich tue mich wahnsinnig schwer. Wir sind in Runde 153 und ich realisiere, dass von der taktischen Ausrichtung her einiges schief läuft. Ich weiß nicht, ob es da dran liegt, dass Norwegen am Anfang so stark war. Wir haben sie militärisch definitiv im Sack, aber nur defensiv. Die Städte können wir noch nicht angreifen. Die Tribok wandert jetzt runter nach Plymouth zum Beispiel, weil in sechs Runden die Bombarde fertig ist, die uns die Städte angreifen kann und da werden wir sicherlich rein investieren. Aber ich habe für mich entschieden, jetzt hier einfach auch nicht auf Teufel komm raus, einfach weiter da die Einheiten runter zu metzeln, sondern gut zu stehen, eventuell noch ein besseres Heer aufzubauen und zu gucken, wie weit wir einfach in diesem Spielstand kommen. Ich glaube nicht, dass wir den Herrschaftssieg holen werden. Das steht schon mal so früh fest. Dafür war auch Liverpool schlecht platziert mit der Einheit hier, die uns verfolgt hatte. Und dann der tatsächlich problematischen Loyalität, die wir hier haben. Das ist noch ein Riesenthema. Insofern geht die Stadt in zwei Runden in die Rebellion. Wir werden hier drüben noch eine gründen und dann bin ich mal gespannt, wo sie hinfällt, weil hier, wobei, wir haben Nahrungsprobleme, wenn wir nicht im zweiten Ringfeld an dem Vulkan Bersignani hinzukaufen werden. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden das hier alles ein bisschen weiter spielen, auch vor dem Hintergrund, dass der Apokalypse-Modus immer mehr durchschlagen wird. Kopf in den Sand werden wir sicherlich nicht stecken, Aber, während ich hier ganz, ganz fein ganz weit rauszoomen kann, werden wir gucken, was möglich ist. Auch, weil wir lange ausschließlich gegen diesen Gegner hier standen und uns sicherlich irgendwie falsch orientiert haben und nun erstmal auch ein bisschen die Wirtschaft und alles weitere ankuppeln wollen. Ich freue mich insofern, dass ihr da seid und mit mir diesen Weg weiter begeht. Wir werden relativ zügig einen neuen Siedler bekommen. Wir haben eine weitere Tribok in der Produktion in zwölf Runden. Das ist relativ weit voraus. Der Ritter ist bald fertig in Manchester. Ein Sperrkämpfer in Bristol und ein Industriegebiet in Hongkong. Den Stadtstaat haben wir eben eingenommen und die Stadt ist gar nicht mal so schlecht. Brauchen allerdings einen Handwerker, wenn ich mich hier recht entsinne. Und das relativ zügig. Ich glaube auch nicht, dass wir den hier irgendwo versteckt finden werden. Während ich niesen muss. Nein, null Ergebnisse gefunden. Insofern wird das eine der nächsten Investitionen sein. Nein, brauchen wir aber noch mindestens eine Runde für. Und insofern steigen wir ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid. Drückt gerne auf den Abo-Knopf, falls noch nicht geschehen. Und wenn wir den Frieden hier annehmen, für ein bisschen Zitrusfrucht und Gold, sehe ich dann aber nicht als lohnend an. Das können wir besser. Norwegische Galera attackiert uns. Weiterhin die Rebellion in zwei Runden angeblich. Mal gucken, was alles passiert ist. Wir können Salpeter hinzuhandeln. Beförderung verfügbar für den Ritter hier. Der ansonsten... Wow, hier ist tatsächlich ein Siedler. Da müssen wir natürlich angreifen. Beförderung sofort verfügbar. Ziehen hier hoch. Und stehen mit dem Ritter natürlich extrem schlecht. Lassen die Beförderung noch offen. Wobei, die Ross-Harnig-Eigenschaft wäre jetzt wirklich sehr, sehr gut hier. Einen Gesandten zur Verfügung, den wir... ...tatsächlich noch offen lassen. Venedig ist kein Thema für uns. Harald Hadrada hat da sechs Gesandte drin. Liverpool benötigt Nahrung. Die haben aber ganz andere Probleme. Regenwald ist nachgewachsen. Unwetter klingt ab. Eines von vielen. Der Sperrkämpfer kämpft sich nach vorne. Und dieser hier ist fertig. In Bristol damit die Möglichkeit, ja, eventuell die Bibliothek tatsächlich hier zu nutzen. Uns fehlt es ein bisschen an der Produktion. Wir gehen also insofern erstmal auf die Werkstatt. Und ich gucke, ob wir einen Handwerker hinzubekommen können. Ne, es fehlt noch eine Runde. Und dann ist die Frage, ob wir nicht in Sheffield wegen Liang... ...den Handwerker ausbilden. Eine Aktion mehr dadurch. Und relativ schnell hier oben, schätze ich mal. Nächste Tribok übrigens hier unten in Sheffield auch in der Produktion. Insofern werden wir uns gegen die Städte schon ein Stück weit verbessern in den nächsten Runden. Aber jetzt erstmal. Die Beförderung hier verfügbar. Ah, schade. Da werden wir aber angreifen. Um hier eventuell zuschlagen zu können. Kommen hier aber nicht über den Hügel drüber. Stellen uns geschickt. Und sehen hier unten eine Einheit. Und zwar einen Ritter, den wir unbedingt attackieren müssen. Und da ist der Siedler in London. Und den können wir jetzt natürlich hier oben in Richtung Norden schicken. Das macht er erstmal alleine. Gouverneur aus Liverpool ist entfernt worden. Stadt ist jetzt rebellierend. Wohnraum benötigt in Hongkong. Feuer entfacht. Und Regenwald weiterhin nachgewachsen. Vampireinheit auf dem Weg. Oh, den muss ich erstmal durchkämpfen. In London haben wir jetzt wieder Kapazitäten zur Verfügung. Ein Aquädukt würde uns Wohnraum geben. Interessanterweise können wir auch noch ein Industriegebiet setzen. Und wenn ich das hier richtig sehe. Plus 1 neben dem Aquädukt. Wir wären bei plus 3 immerhin. Nahrung ist ein Stück weit knapp. Ja, warum nicht aufs Aquädukt gehen? Den Handwerker holen wir uns in Sheffield. Der hat natürlich seine Aufgaben. Geht sofort los. Richtung Bristol und Hongkong. Tja, und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Lasst uns Ideen, Gold und Waren austauschen. Aber kein Land. Wir wollen eigentlich nur das Land. Boah, Magnus wurde schon neutralisiert in London. Wow. Pingala schicken wir in... Boah, welche Stadt tatsächlich? Welches ist denn möglichst groß? Birmingham? Ja, warum nicht Birmingham? Beförderung für das Katapult nehmen wir gerne entgegen. Und jetzt ist nun hier tatsächlich der... Wo ist er denn hin? Der Siedler. So weit kann er doch jetzt nicht sein. Na, er ist wieder in die Stadt zurück. Dann lassen wir das an der Stelle genau so. Und ruhen. Eine Bombarde und eine Feldkanone von Cahokia könnten auch ihr Übriges übrigens tun. Das nur mal so am Rande. Manchester hat den Ritter abgeschlossen und kann jetzt wirklich mal was in Richtung Bezirke tun. Theaterplatz? Interessant. Na, warum eigentlich nicht? Wir haben noch 10 Runden, brauchen noch 2 Zeitleiterpunkte. Die werden wir wohl oder übel irgendwie schaffen. Da bin ich eigentlich relativ sicher. Und die Angebote werden schlechter von Norwegen. Insofern stehen wir defensiv gut und attackieren hier munter und nehmen die Einheit raus. Ja, das schaffen wir natürlich und sukzessive. In Leeds ist das Aqueduct durch. Aber auch hier brauchen wir eigentlich einen Handwerker, um ein Salpeter anzuschließen. Das Handelszentrum auch gut möglich. Gerade mal gucken, ob wir was dringender brauchen. Nö, ich sehe das Handelszentrum als sinnig. Triebock wartet noch eine Runde, kann dann befördert werden. Wir sammeln uns also das Geld. Metallguss ist da, ausgezeichnet. Musketenpekenier, relativ stark. Und die Bombarde ist natürlich für uns jetzt ein Ziel. 85 Gold um 20 Salpeter. Wir haben exakt 0 Salpeter. Da wird hier hinten die Stelle nochmal interessant. Und im Idealfall können wir uns das ein bisschen erhandeln. Nein, können wir... Wow, können wir nicht. Bitter. Hier werden wir die Weide errichten. Gibt uns ein schönes Feld, das tatsächlich zugehörig ist zu... Jetzt muss ich mal gucken. Sheffield. Wird auch bewirtschaftet. Dafür haben wir da unten die Stadt breit genug. Oh, wir entdecken an Scharen. Wir könnten da einen Gesandten hinschicken tatsächlich. Gibt uns einen Wissenschaftsboost von vier Punkten. Hier tut sich jetzt relativ viel. Oh, wir werden auch krass angegriffen vom Musketenpekenier. Der uns hier richtig runter mürbt. Zeitalterpunkt. Handelsrepublik ist da. Und wenn wir alles entdeckt haben, kommen wir zum Anfang zurück und erkennen den Ort das allererste Mal. Ja, und die nehmen wir natürlich gerne entgegen. Produktion für Bezirke. Zehn Gold in allen Städten mit einem etablierten Gouverneur. Nicht allzu viel. Aber wir wollen natürlich dahin zur Stufe 2-Regierung. Nehmen die Rekrutierung mit rein fürs zusätzliche Gold. Die Frage ist, ob die Stadtplanung hier wirklich das Beste ist, was wir haben. Scheinbar schon. Handelskonfrontation geht hohen. Kolonialbüros. Fünf Nahrung und zwölf. Loyalität. Vielleicht eher der charismatische Anführer. Und dann könnten wir übrigens weiterhin die Berufsarmee auf die Joker-Politik setzen. Ich denke, das ist ein ganz guter Weg für den Moment. Burgen bekommen das Heureka. Ah, jetzt haben wir hier Salpeter zur Verfügung. Nein, doch nicht. Hä? Ah, wir bekommen es jetzt von wo? Und damit sind wir jetzt tatsächlich hier auch im normalen Zeitalter schon mal gelandet. Wir müssen hier mutig attackieren. Erkundung ist freigeschaltet. Boah, nehmen wir den Gesandten über die Marine-Tradition? Wir können auch einen Gesandten über die Theologie uns holen. Das sind noch ein paar. Warum eigentlich nicht? Wir werden hier einmal geschlagen. Und jetzt gibt es... Ah, das Goldangebot ist ein Ticken besser. Drei Gold pro Runde. Aber ich lehne das ab. Wir können da eventuell ein Siedler uns abgreifen und so. Also das ist alles nochmal relativ spannend. Hier oben verlieren wir leider eine Einheit. Aber wir attackieren auch. London Aquädukt schon fertig. Gibt uns schön Wohnraum. Regierungsplatz könnten wir ausbauen. Außenministerium. Stadtstaateinheiten. Vier Kampfstärkebonus. Geheimdienst. Gibt uns ein Spion. Oder die Kapelle des Großmeisters. Ich sehe uns nirgendwo so richtig. Ein Handwerker wäre schon eher sinnvoll hier hinten, um hier unten das Salpeter anzuschließen. Können wir relativ schnell raus produzieren. Und reparieren hier mit dem Handwerker das nächste Feld. Und ziehen dann hier rüber. Ah, hier ist Salpeter angeschlossen. Killen wir Kisivani. Oh, und hier geht die Einheit tatsächlich flöten. Und dann schaffen wir es aber mit vereinten Kräften hier tatsächlich den Musketenbikini auszuschalten. Das ist durchaus wichtig gewesen. Nachdem er uns ein paar Einheiten geraubt hat. Die sind nicht ohne. Befördern ist nicht 20 Salpeter. Dauert noch. Und ich glaube, verkaufen könnten wir das richtig gut. Ne, wobei gar nicht eigentlich. Weil die uns nicht gut gesonnen sind, vermutlich auch. Ah, das ist ziemlich frustrierend. Militärisch klar am stärksten hier mittlerweile. Der Zweck der Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Der Mensch leidet nur, weil er ernst nimmt, was die Götter zum Spaß erschufen. Unser Siedler kommt hier oben an. Das ist natürlich ausgezeichnet. Ein Gesandter zur Verfügung. Den wir nirgendwo so recht einsetzen können. Lassen wir uns also in der Hinterhand. In Manchester ist der Theaterplatz fertig. Leuchtturm für Gold ist relativ schnell erledigt. Theologie ist da. Wir gehen weiter vorwärts und wollen sicherlich in Richtung Nationalismus. Wir müssen dann über den diplomatischen Dienst. Heftiges Unwetter zieht in Richtung Südosten. Das tangiert uns also nicht. Geht an Genf vorbei. Das Friedensangebot von Norwegen ist beschämend. Wir werden attackiert von Bergen. Und können hier richtig schön viel Gold erplündern. Potenziell zumindest. Haben aber zu wenig Fortbewegungspunkte. Und verschanzen uns hier. Sehr schön. In London ist der Handwerker schon da. Das ist relativ zügig gegangen jetzt. Reparieren hier mit dem nächsten Handwerker in Hongkong. Auch sehr wichtig. Tribok ist zur Verfügung. Die zur Bombarde zu verbessern ist natürlich das hehre Ziel. Reist aber schon mal in Richtung Norden. London hat den Handwerker durch. Wir könnten auf die Universität gehen. Ja, ich denke das ist okay. Sheffield hingegen hat die Tribok durch. Und könnte nunmehr sogar... Ah naja, die Bombarde. Da brauchen wir auch das Salpeter für. Bisschen ärgerlich. Dann gehen wir sicherlich auf den nächsten Bezirk. Nehmen uns den Campus hier für 180. Ein riesen Feld übrigens. Vier Nahrung. Aber davon haben wir natürlich genug. Sheffield wächst gut. Und kann mit hier dem Feld sicherlich dann auch zukünftig weiter wachsen. Blümme für das Handelszentrum durch. Nächster Bezirk möglich. Auch hier der Campus. Uns fehlt der Handwerker da oben, um abzuroten. Wir müssen schneller vorankommen. Oh, wir werden hier brutal dezimiert. Das ist nicht gut. Oh ja, Tausendflut düngt und gibt uns einen Bevölkerungsverlust von 1. Handwerker wird rechtzeitig kommen. Wir holen uns hier das Gold. Und verschanzen uns weiterhin. Oh, der Kürassier ist hier relativ stark. Auweier. Die Frage ist, ob nicht genau jetzt in dem Moment mit den starken Einheiten wir nochmal Pause machen. Bevor wir hier unsere ganze Armee von so Einheiten zermürben lassen, bekomme ich hier auch nicht gewuppt in einem. Keine Chance. Die Frage ist, was bietet er uns? Oh, 5 Gold pro Runde. Ja, okay. Das ist dann schon jetzt eher was. Ohne ich hätte gerne strategische Ressourcen von ihm. Ah, das will er nicht. Ich weiß, es wird euch nicht gefallen, aber wir nehmen den Frieden momentan an. Wir nehmen ihn an, stellen uns außen hin und warten ab und erholen uns tatsächlich. Und der Siedler ist da und gründet nun Portsmouth. Und Portsmouth sollte jetzt relativ schnell wachsen. Insofern ist die Frage, ob ich nicht hier das Feld hinzukaufe. Oder hier unten, 2 Nahrung, 3 Produktion. Wobei da ein Campus hinkommt und der wird sensationell. Schwierig. Wir nehmen das hier hinzu, wachsen in 6 Runden und können dann schneller vorankommen. Nächste Reparatur notwendig. Portsmouth geht Richtung Monument am Anfang. Das ist klar. Soll Loyalität auf Liverpool ausüben. Norwegens Galere zieht hier Richtung Westen. Brutal ramponiert. Und Liverpool ist jetzt norwegisch. Ja, das ist schon ein Stück weit bitter. Die Loyalität ist hier krass gegeben. Obwohl gar nicht so viele große Städte drumherum sind. Aber wir haben auch einen weiten Weg nach Liverpool. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Und wir lernen Hartuscha kennen. Und da können wir natürlich einen Gesandten hinschicken. Und jetzt hier die Mine. Wird sensationell vom Feld. Ihr seht das. Von 3 Nahrung, 2 Produktion gehen wir auf. 3 Nahrung, 5 Produktion und einen Glauben. Leads zugehörig. Wow. Oh, und der nächste Ausbruch. Gedüngte Geländefelder zweimal beschädigt. Zweimal Bevölkerungsverlust. Und das in der Nähe von Manchester. Beim Eintritt ins Industriezeitalter. Da können wir mal direkt unseren Handwerker hinschicken. Was ist das hier oben für ein sensationelles Feld? Wir müssen gucken, dass sich Kauke das nicht schnappt. Kostet uns relativ viel. 185. Aber es ist definitiv wert. Und wird auch sofort bewirtschaftet. Handwerker macht seinen Weg hier rüber. Um zu reparieren. Geheimgesellschaft wurde verbessert. Durch den Eintritt ins Industriezeitalter. Alle im normalen, nahe der Schar vom Persischen Reich im dunklen Zeitalter. Handelsweg passiert selten. Für jedes im Industriezeitalter oder später errichtete Gebäude. Herzschlag des Dampfes. Gar nicht mal so doof. Nehmen wir das an der Stelle. Und ein Tornado bricht aus. Und das südlich von Leeds. Der zieht in Richtung Osten. Das ist erstmal okay. Barbaren. Wow. Schöner Barbaren Außenposten. Das ist ja mal selten doof. Der kann uns gerade richtig teuer zu stehen kommen. Wie schnell kann hier eine Einheitsrüben sein? Der Ritter immerhin in drei Runden. Der macht mal gerade ein paar Meter. Ja, und die Norweger rehabilitieren sich sehr, sehr zügig davon. Insofern natürlich kritisch. Ach, Kürassier hier. Das ist schon Wahnsinn. Und der Plänkler der Barbaren wird hier relativ schnell ausgeschaltet werden. Wenn die große Flut nicht wäre. Haben ein beschädigtes Geländefeld. Und zwar in Birmingham. Nördlich davon. Greifen hier an. Und können jetzt hier endlich aufrüsten. Tribok wird zur Bombarde. Gibt einen Zeitalterpunkt. Wohnenraum in Manchester notwendig. Da muss erst der Handwerker hin. Oh, wir bekommen einen großen Admiral. Brauchen wir eigentlich nicht. Gibt uns aber den Zeitalterpunkt. Flussüberschwemmung beschädigt hier. Wo die Bombarde gleich fertig ist. In Bristol ist die Werkstatt durch. Wir gehen... Oh, sicherlich auf ein Handelszentrum. Was wir hier eingeplant hatten. In Leeds ist Handelszentrum fertig. Die Stadt ist sehr produktionsstark. Durch das Salpeter vorkommen. Und können das steigern. Hier nehmen wir die Werkstatt noch aufbauen. Ritter macht seine Meter. Der Plänkler... Na ja, zieht von dannen. Handeln sehr, sehr gut Elfenbein. Für C-Gold pro Runde. Können eine Weide errichten. Fünf Nahrung eine Produktion. Manchester hat den Leuchtturm fertig. Frage ist Mausoleum von Halikarnassus. Aber wir müssten erst das Feld hier unten noch wegroden. Dann doch lieber schnell das Amphitheater noch hinten dran. Birmingham, Bombarde. Können wir was reparieren? Was kaputt gegangen ist? Nein. Wachstumgleichen Thema. Kornspeicher kann man kaufen. Staudamm hatten wir vorgesehen. Warum also nicht? Um das Industriegebiet zu boosten. Außerdem schützen wir uns damit natürlich vor den Überschwemmungen, die dann noch kommen werden. Industriegebiet ist abgeschlossen. In Hongkong. Auch da ein Staudamm-Thema. Die große Phase der Staudämme beginnt. Genau jetzt. Und hier sehen wir uns einem Musketen-Pekini entgegen. Boah, da müssen wir echt ran. Starke Grenzen für gute Nachbarn. Ist das jetzt gut? Ich denke, das war ein Lob. Sozrenn-Status verloren in Karokia. Das ist nicht gut. Das steht fest. Bei der Diplomatie gibt es zwei Arten von Problemen. Kleine und große. Wir attackieren hier den Plänkler. Löschen geschickt aus. Boah, und mit dem Ritter können wir hier kaum richtig angreifen. Müssen aber. Was heißt müssen? Ne, müssen müssen wir gar nicht. Wir verschanzen uns. Können Kaffee handeln. Bekommen nochmal 10 Gold dazu. Das ist jetzt relativ viel. Derweil haben wir 666 Gold. Der Suzeren-Status, den wir verloren haben. Das geht mir gegen den Strich, ehrlicherweise. Boah, wo hat denn Harald hat gerade jetzt auf einmal die ganzen Gesandten her? Stärkt sich hier signifikant. Wir holen das Luxusgut zurück aus der Versenkung. Und sind hier richtig eingeferscht, tatsächlich. Und sehen hier zwei weitere Aktionen, die wir hier oben in Plymouth nutzen werden. Und haben insbesondere mit der Kultur einen erschreckenden Wert, wie ich hier im Vergleich gerade sehe. Boah, und verlieren die nächsten Bevölkerungspunkte. Apokalypse-Modus, Edits Best. Der mega kolossale Ausbruch hier. Können uns ein paar Wale erhandeln. Und wir verlieren in London echt eine Menge. Und müssen das Handelszentrum reparieren. Wir gehen uns nur mit denen ab, die etwas zu bieten haben. So wie hier zum Beispiel. Yongle sagt, wir haben etwas zu bieten. Und das ist natürlich schön. Was das ist, sehen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Die Vulkane machen uns im Apokalypse-Modus ein bisschen Sorgen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Leitz Blinter. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich glaube, wir haben uns am liebsten. Und wir sollten die Vulkane machen uns im Apokalypse-Modus. Wir werden uns im Apokalypse-Modus-Modus verbring. Wir werden uns im Apokalypse-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus-Modus. Untertitelung des ZDF, 2020